herzlich willkommen zum echten programmieren von multithreaded applikationen mit hilfe von java und wir halten uns jetzt gar nicht langer mit vorreden auf sondern steigen gleich mit beispielen in der programmierung ein also ich habe hier mal so programm rahmen für sie vorbereitet einfach eine leere klasse und da bauen wir jetzt ein paar programmierbeispiele rein ich mache wieder eine main methode public static void main und mache hier mal eine ausgabe es hallo und um es ein bisschen sichtbar zu machen was er ausführt kann man jetzt auch mal den thread namen ausgeben von dem thread in dem er sich befindet es ist und da kann man nicht hier sagen thread punkt current thread punkt get name und da gibt er den namen des aktuell laufenden threads so aus ich starte das mal und sie sehen jetzt hier hello world und der thread den ausgeführt hat nennt sich main das heißt das ist die feld haben sie eigentlich immer wenn sie den main methode haben sie den main thread also ein fährt haben wir schon mal jetzt ist die frage wie kriegen wir vielleicht irgendwelche langlaufenden aktionen in einen eigenen thread ausgelagert da gibt es in java zwei abstraktionen dafür nämlich das runnable und das callable callable für sachen mit rückgabe werten und wenn das ding exaktion schmeißen kann runnable wenn sie nur einfach so eine aufgabe in task parallel ausführen wollen aber das ding eigentlich keine rückgabedaten hat zumindest liefert ihnen das war der bilder nichts zu ich programmier es jetzt hier mal mit einer anonymen inneren klasse weil man dann ein bisschen besser die signatur sieht normalerweise wird man jetzt wahrscheinlich mit einem lambda machen ab java acht runnable run task ist gleich new runnable deswegen jetzt anonyme in der klasse intellij generiert wir schon alles was ich brauche euch sie haben hier die run methode und jetzt kann er da ja auch wieder was interessantes ausgeben zum beispiel hello world hello thread und wenn das ding in dem eigenen thread wäre würde man ja erwarten dass der deine ausgabe macht langt das schon ein runnable zu erzeugen damit etwas parallel ausgeführt führt antwort natürlich nein ich zeige es ihnen aber noch mal sicherheitshalber dass ich das programm ausführe suchen sie natürlich hier mein hello thread in der ausgabe vergeblich dass immer nur hello world und main sonst sehen sie da gar nichts so warum nicht das heißt dass wir selber es ist erst mal nur eine art programmschnipsel und den können sie jetzt brauchen sie noch ein fett in dem sie diesen programmschnipsel ausfüllen können also in dem kontext die run methode laufen soll vielleicht hier schon mal gleich ein hinweis ich wiederhole das jetzt gebets mühlenartig noch ein paar mal machen sie den code der run methode auf keinen fall zu lang das ist böse warum weil sie den inhalt der run methode schlecht mit dem unit test testen können sondern was ein normaler entwickler tun sollte ist hier die run methode den quatsch der da drin steht in der methode auszulagern da können sie die methode einzelnen testen und die run methode nehmen sie nur so als händel damit man halt das ganze nach einem thread rein stopfen kann also kurz schreiben sie kurze run methoden und alles was sie tun wollen würden tun sie in eigene methoden rein hier schon mal das war ein hinweis so das gute stück hat jetzt aber noch nichts interessantes parallel ausgeführt also wie kommen wir dazu das heißt wir brauchen jetzt einen thread das so sollten sie es nicht mehr machen aber jetzt für die demo ist das jetzt erst mal am einfachsten ich nehme einfach die java klasse thread bietet er mir an aus java lang also aus der basis der bibliothek das kann ich den durch dieses schweine übergeben task wenn ich jetzt hier sage es ist beliebter studentischer fehler ich mache das mal gleich die sagen jetzt hier task punkt run führen wir das mal aus haben wir dann mehrere threads antworten nein schon mal gleich vorab warum nicht zeige ich ihnen gleich das was wir laufen jetzt sehen sie hier hello thread das ist das hier mit und ich sagte hier current thread get name ist main thread hello world ist auch ein main thread blöd aber ich habe doch hier versucht was parallel auszuführen diese tolle run methode aber wenn sie jetzt der der kommandozeilen aufruf der der aufruf in dem programm ist ja hier also alles was sie hier reinschreiben aufruf ist ja im main thread drin und läuft hier nicht in dem thread t drin das heißt wenn sie run methode hier einfach diese zwei zeilen ausführen dann ist das hier im main thread drin ich kriegte also erste parallele ausführen wenn ich hier in die stadt statt dem sage start führe ich das mal aus kurz mal start wenn sie jetzt gesehen haben das habe ich hier wirklich den thread gestartet und jetzt sehen sie hier hello world hello thread main und hier haben wir 3 0 also jetzt haben wir wirklich zwei parallele threads so vielleicht gleich am anfang was könnte man stattdessen noch machen wenn man was ausführen wollte in dem thread so dass sie gleich die alternative sehen das ist callable muss mir gleich den rückgabewert überlegen also das könnte jetzt produzieren zum beispiel stehen könnte das zurückgeben call task task 2 und dann sehen sie hier das wäre sozusagen die alternative dass ich jetzt was mache ich würde was ausführen wollen und das kann dann exaktion schmeißen und string zurückgeben wenn dann geht aber dieser einfache aufruf im task nicht mehr im feld nicht mehr da also dass das müssen wir dann später mit anderen mit anderen mitteln machen so schauen wir uns den threads noch mal genauer an also immer das programm starten sind es terminiert alles das heißt sie haben hier hello world hello thread und das programm ist terminiert sie sehen hier kein rot mehr wenn sie jetzt wollen dass das programm länger läuft also dass der thread was tut dann dürfen sie hier in den thread kein return oder sowas reinschmeißen oder kann er und es darf keine laufzeit exception geworfen werden also immer wenn sie return sagen oder laufzeit exception in der run methode schmeißen dann terminiert ihnen der thread das heißt wenn sie ein nicht terminierendes thread wollen braucht ihr eine endlosschleife also wie bei jedem anderen reaktiven system auch nicht determinieren endlosschleife terminieren dann halt mit return oder mit mit einer exception den kontrollschluss verlassen das heißt wenn ich jetzt hier mal eine endlosschleife einbauen dann läuft das ding sozusagen bis zum hinzeltod des universums durch oder bis sie durchgeblüht ist vielleicht sollte man dennoch so ein bisschen ausbremsen dass der die cpu mal wieder frei gibt das kann man normalerweise machen indem man hier ins lieb einbaut das heißt ich würde jetzt hier ein time unit punkt seconds punkt sleep von mir aus fünf sekunden einbauen das mag er jetzt nicht weil man ich kann den prozess unterbrechen können und deswegen erwartet davon ist dass wir hier mit der exception umgehen nämlich genau dann wenn der wenn der sozusagen so eine unterbrechung kriegt das heißt was ich jetzt hier sage ist navigate surround with try catch ich überlasse es jetzt hier mal bei dem bestech trace das müssen wir eigentlich geschickter handhaben ich behandle in einem der späteren videos noch mal eine geschickteren möglichkeit jetzt würde ich den thread auch gescheit zu terminieren also dieses while true ist sicherlich gefährlich da müsste man irgendwie abfragen ob der thread der so ein interrupter signal gekriegt hat also normalerweise würden sie da jetzt sowas reinschreiben wie not ist interrupted oder sowas und mit der exception müssen sicherlich noch geschickter umgehen aber jetzt haben wir mal die endlosschleife eingebaut wenn das programm jetzt mal starten dann sehen sie jetzt läuft diese endlosschleife weiter und das programm hat terminiert das heißt dieser hat hier dieses thread get name hat er mit main ausgegeben und das hauptprogramm ist jetzt ein oder der hauptfeld hat terminiert der mini feld hier der läuft jetzt weiter und zwar solange wir das programm laufen lassen also müsste das ding jetzt mit kill auf der unix abwürgen oder ich muss das hier einfach mit mit stoff beenden so vielleicht wie kriegt man das jetzt dazu dass der mit dem programm zusammen terminiert dazu muss man den als die mit red registrieren wenn ich hier sage die setz team in schuhe da soll ich das sagen es ist meine arbeitsklage und der soll mit mir zusammen terminieren wenn ich das mache dann terminieren die beide gleichzeitig sehen sie hier der hat jetzt hier noch eine röhrt und so weiter und hat er trotz endlosschleife ist er jetzt terminiert das heißt sie sehen man kann mit diesem set demon und kann man dafür sorgen dass alle threads die laufen beim terminieren des main mit terminiert werden wenn ich das vollsetze laufen die einfach weiter bis zum institut des universums das ist auch die große gefahr von nebenläufiger programmierung nämlich wenn sie sozusagen ein programm machen was mehrere threads hat und ein teil der threads stirbt weil irgendwie sie sind aus irgendeiner run-methode mit mit return rausgeflogen eine andere hatten runtime exception geschmissen dann ist die runtime exception verhalt im universum da muss noch was machen in einem der späteren videos zeige ich das auch wie das geht und dann haben sie sozusagen programm wovon so vielleicht so von fünf threads noch drei laufen und zwei laufen nicht mehr und dann ist das ding kaputt ohne dass sie sehen von draußen weil es ja noch reagiert aber eigentlich tut es nicht sinnvoll ist mehr und das ist sehr gefährlich deswegen muss man hier gerade bei bei multithreading dafür sorgen wenn irgendwas passiert dass das ding dann auch ganz abgeschossen wird sowas wie der programs don't tell lies einfach dass der benutzer kein halb funktionierendes programm kriegt es funktioniert wieder ganz oder eben gar nicht der programs don't tell lies vielleicht so jetzt haben wir sozusagen mal einen kontrollfluss parallel gehabt oder zwei mit der main methode jetzt kann man davon natürlich beliebig viele starten ich mache hier nochmal zweit auf t2 wird gleich new task t2 punkt start wenn wir das starten aber sozusagen denselben code in zwei threads ausgeführt und das kann jetzt hier sehr schön auf der konsole sehen hello thread hello thread thread 0 thread 1 es kommt in irgendeiner zufälligen reihenfolge halt thread 0 und thread 1 was sie da an der ausgabe sehen ist jetzt unser zufälliger mix aus beiden thread ausgaben also wenn ich das ding mehrfach starte käme eventuell andere ausgaben nacheinander das was sie da sehen ist so ein bisschen dieses thema nicht determinismus das heißt abhängig von diversen umgebungs zufällen wird mal der eine mal der andere wird ausgeführt also das heißt ich könnte wahrscheinlich oder ich hoffe dass es nicht so ist wahrscheinlich wenn ich das programm parma starte jeweils immer andere ausgaben erzeugen das ist die ausgabe reinfolge zufällig das heißt das ist eine nicht deterministische ausgabe dass das nicht determinismus ist es eines der probleme bei threads so jetzt haben wir den wunderbaren thread zweimal ausgeführt jetzt hatte ich ihnen ja gesagt naja jetzt ist das vielleicht ungünstig mit dem parallelen ausführen mit diesen mit diesen dieser normalen thread klasse und deswegen zeige ich im nächsten video wie das mit dem executor framework funktioniert vielen dank für ihre aufmerksamkeit bis hierher ja